so hallo und willkommen bei mir auf dem kanal hier ja wir sind jetzt gerade angekommen haben die zelte aufgebaut und starten gerade unsere erste runde als komplette crew und wollen mal gucken was denn hier so geht was wir so finden können im blende so erst mal unser kontrollpunkt hier schön ja wir sind aufgeregt natürlich für katja und mich das erste mal hier auf roe park und man will es ausspielen so wie da vorne jetzt gerade und und jetzt geht das los katja starte wieder er hat keine fünf meter gefahren und schon den ersten zahlen oder was hier was ist das ab jetzt wird das lustig hier hoffe ich doch katja freut sich die hat jetzt schon die ersten punkte für sich glaube ich schöne sache so ich glaube katja ist so ein bisschen aufgeregt wir schauen mal das wird schon das wird schon so ist das cool ich finde das geil von unserem freund hier mario dass der dass er einmal anweisung gibt weil sie das erste mal so fährt und dann schauen wir mal sie arbeitet sich noch lang alles gut alles super und da wollen wir auch mal gucken so wir warten natürlich alles gut sie ist begeistert ohne ende so soll das sein so wie sie sich traut und so wie ich mich trau so katja fährt so wie sie sich traut und macht und tut mir geht es halt nur darum dass wir schön so macht schon laune irgendwie ja sie soll für sich versuchen finde ich cool geile sache hier seien arbeiten sie noch macht schon richtig laune hier momentan katja glaube ich ein bisschen arg an ihren grenzen wir lassen katja wieder vorbei die ist so was von happy geht weiter sie hat angst finde ich gut aber jetzt schauen wir mal sie arbeitet wir sind noch schön vorsichtig bei ich sehe natürlich zu dass wir auch immer schön an der seite fahren ja haha wird spannend hier so macht schon laune macht schon laune holly dreht wieder frei geil geile sache ich muss leider entschuldigen ich habe noch nicht von allen von uns die damen suche ich die drauf weil ich einige davon jetzt das erste mal sehe und da man halt nicht jeden damen mitschneidet irgendwie da muss ich noch üben ich habe leider kein namensgedächtnis so so geile sache schön 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 oh ne große probleme gehts hier rauf und runter so macht das laune katja arbeitet sich auch von hügel zu hügel wir gucken die erste runde nehmen noch ein bisschen die harmloseren ecken wie minstag mal sehen was wir hier so alles antreffen da haben wir ihn noch so wie ihr gerade mitgekriegt habt haben wir devilrider getroffen wo ich das glück hatte jetzt bei seinem gewinnspiel zu gewinnen gewinnspiel ist eine verlosung für 3000 abonnenten da habe ich ja glücklicherweise gewonnen irgendwie ich weiß auch gar nicht wie aber richtig geil hätte ich nie gedacht und dementsprechend werden wir ihn nachher nochmal anstreffen und sehen dass wir weiterkommen wie wir uns auch zusammen schnacken und alles hätten wir gar nicht gedacht dass das so geil schnell abläuft richtig cool erste fahrt schon getroffen und dann kommt er mal vorbei und das schnacken war ich freue mich natürlich katja ist so ein bisschen da ich glaube ich habe das nasch fahren wir erstmal da lang das wasser wir gucken mal ob katja weg kommt natürlich ohne probleme geile sache wir warten natürlich auf katja sie ist noch ein bisschen vorsichtiger ich bin ein bisschen bekloppter so und los geht das sie grinst über beide backen und dann geht das doch los hier erste tour ein bisschen nass werden muss man ja wir warten natürlich zwischendurch auf katja weil wir wollen das ganze auch mit kriegen da ist sie ja da kommt sie und weiter alles gut sie hat ein bisschen angst das vergeht heute abend sagt sie was für eine angst ich weiß gar nicht mehr was das war achtung tief schön da müssen wir dann jetzt nicht gerade unbedingt rein nicht bei der ersten runde da würde ich dann doch erst mal ein anderes opfer sehen erste runde macht schon spaß es ist es ist echt ein erlebnis alter schwede jetzt erkannt hat er natürlich für sich die problematik wo will sie lang da lang da vorne sind sie ja wieder unsere kollegen schön querfelder ein ich glaube hier trüffeln sie noch es trifft sie nach ja natürlich da gibt es ja auch keine müde so ich gehe mal gucken ich bin neugierig mal sehen was hier so ist alter du solltest weniger rauchen oh 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 mario sieht er nur fünf meter weggekommen da geht er schon los oh ja das war der nein genau freundlich ins video hier Aber wie alt ist es denn? Ne, ist warm. Ist gut warm. Wollen wir da hinten rein? Würde ich versuchen auf jeden Fall. Würde ich, glaube ich, machen. Einfach da hinten rum. Was ich gut finde, dass hier gekennzeichnet ist, wenn da Wasserstellen tief sind. Ist das überall so? Ja, da hinten. Okay? Ja, da hinten. Was ist schon der einfache? Ach du das? Okay? Ja, ich müsste prüfen. Ja.